Teil 5 Das Quidditch-Spiel Nein, sie wollte nicht, ganz sicher nicht. Doch Hermine sah keine Möglichkeit, Malfoy eine Absage zu erteilen, die plausibel genug klang. Außerdem war sie sich sicher, dass Ron und Pansy auch in Hogsmeade sein würden. Vielleicht konnte sie die beiden beobachten. Also nickte sie knapp. Sichtlich zufrieden gab der Slytherin sie frei. Als Hermine sich in ihrem Schlafsaal auf das Bett legte, rieb sie sich verstohlen den Arm. Er hatte sie doch gar nicht hart angefasst. Warum nur brannte ihr Arm wie Feuer? Am Ende der Woche wunderte sich Hermine, dass ihr Körpertausch mit Pansy offenbar noch niemandem aufgefallen war. Snape schanzte der falschen Gryffindor erstaunlich viele Punkte zu, während Hermine als Pansy keine bekam, obwohl sie alle Fragen richtig beantwortete. Malfoy regte sich ziemlich darüber auf, wenn gleich er weiterhin die meisten Punkte für sein Haus einstrich. Dafür freute er sich, dass sie offenbar besser mit Professor McGonagall klarkam und dort einige Punkte einheimsen konnte. Allein fünf Punkte bekam sie, weil sie ein Ferkel in ein rosa Plüschessel verwandelt hatte, ohne dass an diesem ein Ringelschwänzchen zu sehen war. Hermine fühlte, dass sie beim Mittagessen leuchtend rot geworden sein musste, weil Malfoy ihr darüber ein überschwängliches Kompliment gemacht hatte. Der Samstag kam schneller, als Hermine lieb war. Zum Glück gingen die Slysmans in einer ganzen Gruppe ins Dorf. Sabine, Goyle und Millicent waren ebenfalls dabei, sodass Hermine es nicht vorkam, als hätte sie ein Date mit Draco Malfoy. Sie wurde aus dem Blonden nicht schlau. Er war anders, als sie sich vorgestellt hatte, wenn er seine blasierte Maske fallen ließ und die Arroganz ablegte. Dann wirkte er beinahe sympathisch. Sofort rief sich Hermine zur Ordnung und verbot ihren Gedanken, weiter in diese Richtung zu wandern. Die Mehrheit war dafür, bei Madame Rosmerta in den drei Besen ein Butterbier zu trinken. Die Idee hatten auch schon etliche andere Schüler und Schülerinnen gehabt und so war es bereits ziemlich voll, als die Slysmans den Schankraum betraten. Hermine entdeckte die Gwyffendors sofort. Der Tisch neben ihnen war nur zur Hälfte besetzt. Sabini steuerte darauf zu. Er schien Malfoys Zögern gar nicht bemerkt zu haben. Hermine ließ sich ein wenig zurückfallen. Nachdem Malfoy auf die Bank gerutscht war, gab sie Millicent einen kleinen Schubs. Millicent drehte sich ein wenig und fragte erstaunt, »Aber willst du nicht?« Hermine schüttete den Kopf und zwinkerte ihr zu. »Ah, ich verstehe«, grinste die Slyssorin und setzte sich neben dem blonden Quidditch-Kapitän. Hermine hatte sofort Pansys Blick aufgefangen, doch da sie nun eingefärcht zwischen Millicent und Goyle saß, wandte sich Pansy wieder den Gwyffendors zu. Auf Malfoy's Stirn hatte sich eine steile Falte gebildet, doch Hermine ignorierte ihn und versuchte sogleich Goyle in ein Gespräch zu verwickeln. Das stellte sich als ziemlich einseitig heraus. Hermine hätte jetzt eine Plaudertasche bevorzugt. Dann wäre es ihm möglich gewesen, nur hin und wieder zu antworten und dabei unauffällig Ron zu beobachten. Millicent saß dafür leider zu ungünstig. Dann würde sie nur Malfoy sehen. Immer wieder riskierte Hermine einen Blick hinüber zu dem rothaarigen Gwyffenderhüter. Der unterhielt sich wild gestikulierend mit seiner Schwester und seinem besten Freund, während Pansy ruhig daneben saß und ihm zuhörte. Doch plötzlich vergaß Hermine sich fast. Just in dem Moment, als Harry Ginny küsste, fasste Ron nach der Hand der falschen Gryffindor und führte sie an seine Lippen. Pansy ließ es widerstandslos geschehen. Sie schaute kurz zum Tisch der Slytherins und ein hinterhältiges Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Hermines Finger verkrampften sich um das Glas mit dem Butterbier. Sie musste ihre ganze Selbstbeherrschung aufbringen, jetzt keine Dummheiten zu begehen, während ihre Augen Blitze zu den Gryffindors hinüberschossen. Millicent stupste sie in die Seite. Zornig sah Hermine sie an, ehe ihr Blick auf Malfoy fiel. Seine Augen waren Schlitze, als er zuzischte. Wo bleibt deine Kontenance, Pansy? Hör sofort auf, sagt Potasch da nicht anzustarren. Habe ich gar nicht, verteidigte sich Hermine und spürte zu ihrem Ärger, wie sie noch einmal rot wurde. Malfoy musste ihren Farbwechsel als Eingeständnis ihrer Schuld aufgefasst haben, denn er wirkte plötzlich noch blasser als sonst. Ich werde nicht zulassen, dass du die Ehre des Hauses Lysuin derart in den Schmutz ziehst. Natürlich nicht, sagte Hermine sarkastisch. Dafür wirst du ganz alleine sorgen. Malfoys Arm schoss vor und er wollte sie offenbar am Handgelenk packen. Doch Hermine drückte Millicent gegen ihn und sprang auf. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie sie die Aufmerksamkeit aller Gryffindors auf sich zog. Mit einem Satz flog Hermine über Gold hinweg und rannte aus der Schenke. Sie lief weiter bis vor Zonkos Scherzartikel laden. Keuchend lieb sie vor dem Schaufenster stehen und hielt sich die stechende Seite. Verdammt, verdammt, verdammt! Weshalb war Ron so nett zu Pansy? Er musste doch etwas merken. So geschickt konnte die Slyssowin ihren Part gar nicht ausfüllen. Oder etwa doch? Als Hermine halbwegs zu Atem gekommen war, kickte sie wütend einen Kieselstein weg, der vor ihren Füßen lag. Aber Pansy, wer wird denn gleich so überreagieren? Hermine fuhr erschrocken herum. Blaze Sabini stand hinter ihr und betrachtete sie kopfschüttelnd. Draco wollte die sofort nach, aber ich dachte, es wäre besser, wenn ich erstmal versuchen würde, die Wogen zu glätten. Er ist so ein Hornochse. Ich will doch gar nichts von. Potter. Sabini gluckste. Du hast deine Rolle aber echt gut gespielt. Mir wird auf einmal klar, was du damit bezweckst. Der dunkle Slyssowin wurde plötzlich sehr ernst. Treibe dein Spiel nicht zu weit, Pansy. Ich weiß, du willst Draco zurückgewinnen, aber einen Malfoy eifersüchtig zu machen, halte ich für keine besonders gute Idee. Er und Potter sind Erzfeinde, von der ersten Klasse an. Im Moment hörst du etwas wie ein Waffenstillstand zwischen ihnen. Das ist allerdings sehr fragil und du solltest ihr nicht für dein persönliches Interesse aufs Spiel setzen. Hermine ballte die Hände zusammen und vergrub sie tief in den Taschen ihres Mantels. Ich werde versuchen, deinen Rat zu beherzigen, Blaze, quetschte sie hervor. Sabini nickte zufrieden. Kommst du wieder mit zurück? Nein, ich glaube, für heute habe ich genug Unheil angerichtet. Ich gehe hoch zur Schule, muss ohnehin noch eine Menge Stoff nachholen. Wie du meinst, ist vielleicht auch besser so. Bis später, Pansy. Bis später, Blaze. Hermine genoss die Zeit in der Bibliothek. Nur einige Erst- und Zweiklässler waren anwesend. Alle Älteren waren offenbar im Dorf oder nutzten das schöne Wetter für andere Aktivitäten. Nach dem Abendessen, bei dem sie und Malfoy sich geflissentlich übersehen hatten, schlenderte Hermine mit Millicent zum Gemeinschaftsraum. Pansy, ich muss dich etwas fragen, begann diese. Schieß los. Wie schafft man es, dass ein Junge sich für einen interessiert? Da fragte sie ja genau die Richtige. Wie viele Jahre hatte sie vergeblich auf Ron gewartet? Ich denke, du musst erst einmal seine Aufmerksamkeit auf dich lenken. Wie? Fragte Millicent sofort. Sie hatten den Kerker erreicht und betraten den Gemeinschaftsraum. Hermine ließ sich auf das Sofa fallen und streckte die Beine von sich. Das kommt wohl auf den Typ an. Wie würdest du dich an Blaze heranmachen? Wollte die Slytherin wissen und setzte sich der Gryphonok gegenüber in einen Sessel. Er ist intelligent und ruhig. Ich glaube, mit ihm kann man gute Gespräche führen und ihn auch durch Wortgewandtheit beeindrucken. Und Gregory? Goyle? Keine Ahnung. Ein gutes Essen kochen vielleicht? Bei dem geht die Liebe wohl eher durch den Magen. Millicent sah über Hermine hinweg in Richtung Schlafsäle. Und was ist mit Draco? Bei dem nützen dir Kochkünste wahrscheinlich nicht viel, mutmaßte die Gryffindor. Was müsste ich deiner Meinung nach tun, um seine Aufmerksamkeit zu erregen? Abnehmen, rutschte es Hermine heraus und schämte sich sogleich. Entschuldige, Millie. Ich bin immer noch gereizt wegen der Sache in Hawksmeet. Du interessierst dich also für Draco? Wärst du mir böse? Fragte die Slytherin und sah weiterhin an Hermine vorbei. Quatsch. Obwohl ich glaube, von den dreien wäre Goyle die bessere Wahl für dich. Würdest du mir Dracos Bild geben? Es liegt immer noch in deiner Nachttischschublade. Irgendetwas störte Hermine daran, doch sie konnte es nicht fassen. Wenn du mir versprichst, es nicht aufzustellen? Ich kann mir Schöneres vorstellen, als täglich, beim Aufstehen und Schlafen gehen, seine Visage zu sehen. Aber er hat es dir geschenkt. Na und? Er hat mich auch erbarmungslos abserviert. Antwortete Hermine und wusste, dass sie sich auf dünnes Eis begab. Sie vermutete, Malfoy hatte damals mit Pansy Schluss gemacht, denn das Mädchen hing offenbar immer noch an ihm. Millie-San sah plötzlich deutlich erleichtert aus. Ach Pansy, ich bin so froh. Blaise vermutete heute Nachmittag schon, du wolltest Draco bloß eifersütig machen. Ich war mir wirklich nicht sicher bei deinem bisherigen Verhalten. Doch jetzt weiß ich, dass er recht hat. Dein Stolz ist nur verletzt, weil er sich von dir getrennt hat. Verflixt! Hermine sprang vom Sofa auf. Hört endlich auf, mein Verhältnis zu ihm ständig zu analysieren. Lasst mich einfach zufrieden. Ich weiß schon, was ich tue. Sie schwang herum und fasste sich an die Kehle. Malfoy lehnte im Türrahmen seines Schlafsaales, hatte die Arme verschränkt und grinste sie selbstbewusst an. Schlafsaales soeine. Musik